Okay, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu React. Heute geht's ums Testen. Yay, das hat jeder Bock drauf. Wir wissen ja schon, dass das Ganze mit Jest im Hintergrund läuft, allerdings mit einer speziellen Variante von Jest, die nicht nur eben das hier testet, beziehungsweise nicht nur normal Jest testet, sondern vor allem React testen möchte. Und in unserem Fall sehen wir hier, wir importieren erstmal natürlich React, wäre jetzt gedacht, und wir importieren die Testing Library React. Falls ihr euch daran erinnert, in der Package JSON war das Ganze so festgehalten, dass wir hier quasi die Testing Library auf Jest DOM setzen und dann eben das alles hiermit testen können. So, und dann importieren wir selbstverständlich noch die App, denn die soll getestet werden. Jetzt habe ich natürlich letztes Mal alles in diese App hier reingeschrieben, damit wir hier die Übersicht einigermaßen behalten haben. In der Praxis sieht das aber so aus. Ihr habt hier eigentlich nur die Function App. Diese Function App, die, naja, tut nicht wirklich viel, die erstellt euch halt einfach nur das. Und in der Praxis würden wir jetzt hier erstmal sagen, okay, das ist auf jeden Fall kein cleaner Code. Ich weiß ja gar nicht, wo ich meinen Searchable Crypto Table suchen soll. Deswegen erstellen wir uns hier eine neue TypeScript Datei, neue TypeScript File, und machen hier selbstverständlich eine JSX-File sogar draus, wo wir dann sagen können, okay, ich hätte ganz gerne den Searchable Crypto Table hier als Datei. So, die ist jetzt natürlich, wurde mir das Git automatisch hinzugefügt? Ich glaube ja, ne? Genau, okay, also wir haben sogar schon Git tatsächlich, das hatte ich gar nicht bedacht. Okay, dann haben wir das hier, und die exportieren wir selbstverständlich wieder Export. Und zwar mit dem Default Export von, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, Searchable Crypto Table. Searchable Crypto Table. So, und ja, das ist auch tatsächlich hier alles, was wir brauchen. Jetzt müssen wir natürlich hier drüben das Ganze wieder importieren, weil sonst haben wir hier natürlich das Problem, dass das nicht funktionieren wird. Ist ja klar. Deswegen können wir hier einfach sagen, more actions, add import statement und fertig. So, cool. Jetzt ist natürlich das große, große Ding. Wir brauchen hier das Interface auch hier drüben ansonsten, und natürlich diese, also wir brauchen my props hier drüben, und wir brauchen die Searchbar und das Crypto Table hier drüben. So, die müssen wir jetzt natürlich auch noch auslagern, und deswegen mache ich das jetzt mal so, wie man es tatsächlich machen würde. Ich lagere alles soweit für euch aus in eigene Dateien. Könnt ihr aber, wie gesagt, einfach nach diesem Schema weiter vorgehen. So, und wir sehen, es läuft immer noch wunderbar. Ich kann hier auch weiterhin nach Bitcoin zum Beispiel suchen, und es wird sofort aktualisiert. Aussehen tut das Ganze jetzt allerdings ein kleines bisschen anders. Und zwar, ich habe hier nur noch, in meiner App TX haben wir wirklich nur noch die App drin, und hier wird Searchable Crypto Table einfach nur importiert. Exportiert wird selbstverständlich die Default App, damit ich die quasi in meinem Index auch wieder benutzen kann. Searchable Crypto Table hingegen ist in einer eigenen Datei, und sieht so aus. Das importiert selbstverständlich mal Props, denn die benutze ich ja hier. Es benutzt Searchbar und Crypto Table, und ja, exportiert natürlich uns die Searchable Crypto Table, und so muss ich mir nicht weiter Gedanken drüber machen. So weiß man immer genau, wenn man was ändern möchte, was man eigentlich ändern muss. Und das ist eigentlich so ziemlich der wichtigste Teil. Ja, dass man das wirklich auch modular von den Dateien her gestaltet. Denn habe ich hier nur einen Export quasi, also sagen wir, ich exportiere hier nur die App, dann kann ich natürlich auch nur wirklich die App verwenden. Und das ist für meinen Test natürlich super relevant. Das heißt, wir haben jetzt hier erstmal ein bisschen ausgelagert das Ganze, und wir können jetzt hier anfangen und können hier drin zum Beispiel was testen. Zum Beispiel in unserem Fall können wir hier den Test laufen lassen. Renders Learn React Link. Mhm, okay. Also wir rendern die App, und dann holen wir uns das Screen Element, also Screen.getByTextLearnReact, und dann ExpectLinkElementToBeInDocument. Das heißt, man erwartet, dass dieses Element quasi in unserem React DOM Element ist, also quasi in unserer Webseite. Wenn wir diesen Test mal laufen lassen, ganz kurz, dann sehen wir natürlich, dass das erstmal sehr lange dauert, und dass natürlich der Test fehlschlägt. Huch, wie kann das denn sein? Ja, natürlich haben wir jetzt eine andere Webseite, nicht mehr die Standard-Webseite. Wir könnten allerdings natürlich hierher gehen und zum Beispiel sagen, ähm, BitcoinElement, und dann holen wir uns das ganze Element by Text und holen uns hier quasi Bitcoin. Ähm, und wir erwarten jetzt natürlich auch, dass das als Element vorhanden ist. Dann würden wir quasi den Test auch schon umschreiben. Ähm, und jetzt lasst uns nochmal ganz kurz den Test neu laufen lassen. Und wir sehen, tada, es hat wunderbar funktioniert. Allerdings haben wir hier einen kleinen Konsolen-Error bekommen. Huch, was ist da denn passiert? Ähm, der Fehler besagt im Endeffekt, äh, each element oder each child in a list should have a unique keyprop. Gucken wir uns das doch mal genau an. Also erstmal, der Test ist durchgelaufen, da war er erfolgreich, aber wir kriegen hier so ein kleines Warning. Und ja, solche Warnings sollte man eigentlich nicht ignorieren, äh, grundsätzlich. Der Punkt ist natürlich, im Stacktrace finden wir hier auch, wo das Ganze eigentlich ist. Und hier sehen wir auch, was da eigentlich schiefgelaufen ist. Also, ähm, es geht darum, dass, äh, React eigentlich ganz gerne uns, ähm, überall für jedes Kind-Element, was wir quasi drin gerendert haben, in der Liste oder in der, in der, ja, automatisch erstellten Liste sozusagen, dass wir das wiederum auch identifizieren können. Und dass wir da auch sagen können, um welches Kind-Element handelt es sich denn? Wenn wir uns das Ganze hier mal angucken, dann sehen wir ja hier Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, Dash und jeweils den Preis hintendran. Wir können aber nicht wirklich sagen, was jetzt, also, rein von den, von den Tables her, können wir nicht sagen, ey, diese Zeile hier ist Bitcoin, diese Zeile hier ist Ethereum. Ähm, das funktioniert einfach nicht so richtig. Wir haben jetzt hier zwei Möglichkeiten, technisch gesehen, ach so, scheiße, den hätte ich gebraucht, hä, ähm, praktisch gesehen brauchen wir, ähm, oder können wir nur eine wirklich gut benutzen. Es gäbe die Möglichkeit, in Crypto-Row hier oben jetzt was anzupassen, ah, da hab ich sogar schon reingetan, ähm, genau, also diesen wunderschönen Crypto-Symbol-Key hier oben reinzupacken, ähm, dann wird der hier quasi als Key gesetzt. Das war gerade noch aus der letzten Aufnahme, die ich schon wieder wegwerfen musste. Nicht wundern, sorry, tut mir leid. Ähm, aber das wird uns hier auch nicht zufriedenstellen, wie wir hier gerade gesehen haben, das führt nämlich auch zum Error. Ja, und das ist Absicht, denn React möchte, dass ihr das definiert, und zwar dort, wo die Kinder definiert werden. Und die Kinder werden definiert hier drin. Wir packen ja hier das Ganze als Rows rein, ja. Rows ist ja aber eine Liste aus Dingen, ein Array, wenn man so möchte, aus JSX-Elementen. Und man möchte ja jetzt hier tatsächlich erkennen, welches Element sich auf was bezieht. Und deswegen gibt man die normalerweise die Keys hier an. Das heißt, Key sage ich hier einfach Crypto.Symbol. Dann hole ich mir quasi das Symbol von meiner Crypto. Ähm, das haben wir, wo haben wir das denn definiert? Ich glaube, in der App war das. Ähm, hier, genau. Also das Symbol von Bitcoin ist zum Beispiel BTC. Das wäre halt ein bisschen schneller, ein bisschen kleiner, als jetzt das komplette Ding zu machen. Und wenn ich das jetzt nochmal hier testen lasse, dann sehen wir gleich, die Tests laufen durch, ohne irgendwie uns ein Warning auszugeben. Das heißt, so habe ich quasi schon mal eine Kleinigkeit beseitigt und kann das ganze Ding jetzt auch besser, ähm, ja, testen. Testen am Ende dann auch, sorry. Ähm, okay, wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, in unserem Seiten-Quelltext sehen wir sowieso nichts, das kennt ihr ja schon. Aber wenn wir uns das mal hier im, äh, Wurstfingern, sorry, jetzt. Aber wenn wir uns das jetzt mal hier angucken, dann sehen wir hier trotzdem im Table-Row, da steht kein Key drin. Das ist da nicht vorhanden, ja. Also das ist nicht da. Ähm, das ist aber auch in Ordnung soweit, denn das brauchen wir hier nicht mehr. Ähm, wir brauchen das ja hier ausschließlich, bevor das Ganze dann am Ende wirklich hier landet. Also bevor wir hier irgendwas machen wollen, bevor wir hier irgendwie das Ganze benutzen. Und, ähm, ja, so viel eigentlich zu dem Thema. Gut, ähm, so könnt ihr auf jeden Fall mal mit Tests starten. Habt ihr auch schon ein paar Sachen, die ihr fixen könnt. Und wir können gerne in den nächsten paar noch einige Tests schreiben. Ähm, es gibt ja einige Methoden, die man hier vielleicht kennenlernen könnte. Und das werde ich auch ein paar Videos lang jetzt machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören es wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.